Ich war so verzweifelt und vereinsamt und gelangweilt. Ich wollte Ministrant, also Messdiener in der katholischen Kirche werden. So, ja, 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 das ist ein Problem. Was hat mich denn in die Arme der katholischen Kirche getrieben? Was? Was, die große Kerze vom Pfarrer? Ich weiß das nicht. Aber vermutlich habe ich instinktiv als kleiner, blonder Junge gewusst. In der katholischen Kirche, da werde ich noch so genommen, wie ich bin.